Musik Hallo meine Lieben, willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich das letzte Video für 2015 für euch und das ist mein Silvester Video. Ich habe mich etwas ausgetubt mit den Farben, Glitzer habe ich mit reingeschmissen, die Lippen relativ neutral gehalten, weil einfach auf den Augen so viel abgeht. Ich wollte einfach ein kleines Feuerwerk auf die Augen zaubern. Ich finde es ganz schick, blau, lila, Glitzer, alles das was ich mag. Ich hoffe das Video gefällt euch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Und das war's mit dem letzten Video für 2015. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr diesen Look nachdenken. Und das war's mit anderen YouTuber und irgendwas zusammen machen. Das wäre mein größter Wunsch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis zum nächsten Mal.